Das ist dumm. Ich sterbe mich jetzt hier. Oh oh. Oh oh. Ja, meinstastiges Willkommen zurück zum... Bowser's Fury, nicht Mario's Fury. Mit einem Schlückchen Kaffee starten wir natürlich. Die habe ich eben schön mal über mich geschüttet, weil ich mir... Ich weiß nicht, mir war kalt und dann kommt so ein warmer Kaffee auf der Brust. Schon zugute. Wir haben in der letzten Folge viel Gebiet freigeschaltet. Äh, sozusagen so ziemlich alles. Und wir können ja zum Anfang zurück, ne, glaube ich mal, ne? Was halt schon hard-based ist, muss man halt wirklich an der Stelle mal sagen, ne? Ähm, ach so. Ja, und der Propellerschmarrn hier. Ne, äh, da hinten. Da hat, glaube ich, noch eine Münze gefehlt, sowieso. Und, äh, da haben wir jetzt sowieso was Neues, ne? Ich wollte was erzählen, Freunde. Ich habe in 3D World, habe ich letztens erzählt, ne? Da habe ich letztens tatsächlich gesagt, dass, ähm, äh, dass der, dass der, dass das Wetter wieder schlecht wird. Warum? Weil es wieder warm wird. Weil die Sonne wieder erscheint und mich das ein bisschen... Schatten, Luigi. Den können wir wieder umbringen. Komm her. Spasti. Auf geht's, auf geht's. Schlag ihn. Schlag ihn. Das hat er verdient. Komm. Louis. Oh, müssen wir überall jetzt so, so boxen? Komm her, komm. Komm. Oh, yeah. Oh, der braucht nicht mehr so viel, ne? Alter, richtig. Schon wieder, Alter, ich habe Angst. Ich habe mir das eben wirklich über, über den Brust geschittelt. Oh, ja. Hoa. Okay, niemals Kaffee trinken, wenn man... Schatten, Luigi, Sieg, Tattoo. Ich suche mal die letzte Coin, ne? Oh mein Gott. Jetzt fällt mir gerade ein, ich glaube, ich habe den Ort schon längst gefunden. Ähm. Wo ich das Video geschnitten habe. Irgendwo war eine Stelle, wo man eindeutig oben in die Wand rein kann. Aber ich das halt nicht geblickt habe. Ich glaube, hier jetzt direkt. Richtig verrückt. So, weil eigentlich, äh, ich bin halt auch krass halt fast reingeflogen und so. Ich glaube, das ist jetzt hier oben links. Jaja, da kommt auch sogar so ein Kältestoß raus. Hier. Als hätte ich das nicht geblickt. Richtig sad. Aber gut. Haben wir sie jetzt, ne? Juhu. Guck mal. Schön die, äh, Flagge hissen. Wie es sich gehört. Damit wir auch hier unsere 100%... 100% markieren. Ähm. Jawohl. Achso, das ist eine Wand. Ja, das macht Sinn, ne? Wollen wir, äh, wollen wir jetzt zum Anfang zurück? Ich würde mir schon sagen, ja, ne? Also, sehen wir uns dann am Anfang. Ey, hier ist ja was. Alter, komplett random. Aber gut. Nehme ich mit. Ein Blatt. Gibst du mir das auch? Dankeschön. Oh, oh. Ich höre ihn. Es ist Bowser. Scheiße. Komme ich da jetzt überhaupt hoch? Ich meine... Oh, oh. Ja, gut, ne? Ich glaube, ähm... Warum ist das... Warum sehe ich da... Wo ist das? Das ist wahrscheinlich irgendwo hinten, oder? Nein, das ist bei uns. Aber warum ist da ein Plessy-Ding? Warum ist da ein Hase? Ich bin verwirrt. Gibt es... Ach, du Scheiße. Was ist das? Oh! Ich habe das überlebt, aus irgendeinem Grund. Wo sind wir jetzt hier? Also, ich meine... Ach, du Scheiße. Der Mann übertreibt. Er übertreibt dermaßen. Was ist das jetzt hier? Sind das normale... Hallo? Äh, ich möchte da nicht hin, du. Ich glaube nicht, dass es so... Das ist aber sehr nah. Das ist 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 sehr nah. Das ist... Das ist wirklich sehr nah. Das ist, ähm... Das ist sehr nah. Oh! Oh mein Gott! Ich habe es trotzdem geschafft. Komme ich jetzt den Hasen noch? Weil das kam ja alles so, als wäre das jetzt nur Bowser-Stuff, den man nur machen kann, wenn Bowser erwacht ist. Mal schauen. Jetzt sind wir aber hier schon oben, ne? Darf ich gleich hin? Das kennen wir nicht. Was ist das? Was ist das? Ne, das ist echt... Okay, gut. Alles gut. Da hole ich mir meinen Hasen, ne? Ja! Tja, let's go, der Hopplo. Fangen die Hasen am Strand. Hammer gemacht. By the way... Ich kann ja ganz kurz mal gucken, ob ich was zeigen kann. Äh... Oh, ja, gut. Das ist mir sowieso noch zurück. Man kann, wenn man, äh, die, äh, Sachen hier... Na, machen wir mal so. Machen wir dann so. Aber man kann hiermit, glaube ich, richtig krasse... Hallo? Pass auf, pass auf, pass auf. Warum? Keine Ahnung. Es geht. Ich weiß aber nicht, warum es geht. Aber... Ob das jetzt in 3D-Wolt auch geht, das weiß ich natürlich nicht. Aber es geht. Es geht immer noch nicht. Warum sagen die denn dann, bitteschön? Das ist ja richtig weird. Das ist ja richtig komisch. Okay, das verstehe ich nicht. Aber, äh... Ja, gut, dann, ähm... Ja, akzeptieren wir das einfach mal, ne? Und gehen weiter. Stand das jetzt eigentlich, wo das markiert, dass ich... Jaja, okay. Fangen den Hasen. Aber das sind dann Sachen, die man... Selbst herausnimmt. Was ist das jetzt hier? Äh... Ich weiß nicht. Gehen wir mal dahin, wo wir... Ach, hier stimmt, hier war ja noch was. Ist es ne... Ist es durchlässig? Sieh ich da... Man kann da durchgehen. Sehe ich das richtig? Also dahinter? Ja, lol! Oh, das ist cool. Ja, ich weiß. Da muss ich rein. Aber was da jetzt ist, äh... Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Ach du Scheiße. Oh, oh. Huh! Oh Gott, oh Gott. Okay, okay, okay. Immer ducken. Dann komm ich an die Beschleunigungsstreifen dran. Lol. Lol, was ist das? Wo komm ich jetzt raus? Gegen die Zeitflotte. Flotte Tauchmanöver. Cool, cool. Lol. Richtig secret. Richtig cool. Ist das ne Abkürzung? Das ist ne richtig große Abkürzung. Ja, das ist sick. Oh, da ist ja auch was. Da kommt gleich wieder. Warum kommt der denn gleich schon wieder? Ist hier was? Hm. Sieht jetzt nicht so aus, wie wär da was, ne? Oh nein. Bowser kommt back. Jetzt find ich jetzt nicht so nice. Hallo Bowser. Das wär... Lass uns mal hier hochgehen. Ist ne auch wieder... Boah, da kommen die ganzen Streifen, diese Goldringe. Oh, oh. Oh! Oh, yeah. Einfach mal, ali hopp. Ich geh einfach mal weiter. Nein, nicht unbedingt zu Bowser. Das wär, glaub ich, nicht so sinnvoll, ne? Hallo. Oh, 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 oh. Ich weiß noch nicht, wie oft man ihn halt besiegen darf. Oh, du Scheiße. Kommt der zu mir? Oh, oh. Kann ich das einfach nehmen? Oh mein Gott. Was für ein Ehren, Bowser Junior. Dass es mir einfach in die Arschbacken drückt. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Aber ich fahr einfach. Ich fahr einfach weiter mit Plessy. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Arr! Okay, da kann ich hin. Oh Gott. Nein! Oh, 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 oh. Das hätte Plessys tot sein können. Oh, nein. Da ist was. Ja, das war nicht so schlau, ne? Ich möchte aber... Aus irgendeinem Grund will ich hier hin. Ja, sie ist ja gedeckt. Dachte ich mir schon. Dass sie so lange nicht bleiben kann. Oh. Da ist was. Du denkst jetzt wirklich, dass ich das versuchen würde, ne? Mach ich aber nicht. Könnte man bestimmt easy versuchen. Was ist denn da? Bin ich auf euch abgebogen? Ich bin da auf euch abgebogen, ne? Oh Gott, ja. Pass auf, du. Ich muss sowieso mich erstmal neu orientieren mit der neuen Karte. Also beziehungsweise mit dem neuen Gebiet einfach, ne? Okay, hier ist was. Ne Wolke. Ja, okay. Wahrscheinlich kann ich hier irgendwas... Ja, siehste. Sprungplattform. Alli, hopp. Und nur Insignia holen wir uns, Mann. Insignia natürlich, ne? Das tut mir unfassbar leid. Ich vergesse es immer noch. Sternchen. Oh. Ich glaube, die Kamera ist jetzt nicht so schön. Ja, das ist besser. Perfekt. Oh yeah, oh yeah. Man muss ja immer, glaube ich, alle Gegner besiegen, ne? Kann das sein? Oh Gott, oh Gott. Einmal zurückgegangen. Scheiße. Oh. Oh Gott. Alles gut, alles gut. Insignia bekommen. Ich bin glücklich. Alles ist gut. Äh, ich wollte eigentlich ansprechen, ne? Irgendwas mit, 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 ähm... Mit, äh... Sonn... Sonnenschein, habe ich, glaube ich, gesagt. Davon habe ich, glaube ich, geredet. Ich wollte eigentlich sagen... Dass ich ja in 3D-World irgendwann mal gesagt habe, ja, äh, ist ja eigentlich scheiße so. Ne, schlechtes Wetter. Der erste... Was ist das jetzt schon wieder? Oh! Oh Gott, pass auf. Keine Ahnung. Ich gehe mal nicht dahin. Äh, jedenfalls habe ich dann... Letztens erfahren, ist gar nicht so wirklich. Ist ja eigentlich noch schön, ne? Und heute wieder richtig schlecht, weil ich richtig schlechte Laune habe aus dem Grund wegen der Hitze. Also ich denke, dass es deswegen ist... Es ist halt weird. Okay, ich bin echt verwirrt. Wann will ich denn jetzt hin? Okay, lass uns mal... Bevor wir hier in den Mittelkreis gehen, oder zum Mittelpunkt des Gebiets... Was ist das jetzt hier schon wieder? Oh! Das ist dumm. Sterbe ich jetzt hier? Oh oh. Oh oh. Gib mir die Katze. Oh Gott. Alter, mach doch. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Das war so eine dumme Idee. Das war... Boah! Was passiert jetzt? Habe ich jetzt... Was habe ich jetzt? Habe ich niemals... Ist jetzt irgendwas... Ne, ne? Nur die Münzen. Nur die Münzen. Oh, okay. Also es ist einfach der letzte... Der letzte Checkpoint, ne? Bei dem man startet. Ich dachte gerade schon. Ja, gut. Okay, Freunde. Vielleicht bekomme ich Bowsers Hilfe noch. Ja, okay. Da kommt er nicht ran, ne? Na, da kommt er nicht ran, der... Na, ist ja in der falsche Richtung. Ausherrn. Kommt der zu mir? Ja, gut. Das war es mit Bowsers. Gehen wir mal in das Gebiet hier. Glutgetriebeinsel. Aha! Interessant. Was wird das jetzt sein hier? Hört sich schon mal interessant an. Ich habe Angst. Und wir lassen den Leuchten mal leuchten. Oh Gott. Lava direkt. Wahrscheinlich auch instant tot, ne? Oder man hat halt den Galaxy Move und man macht dann... Ah ja! Da, 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 da! Kann natürlich auch gut sein. Achtung. Bombe. Ja, mach mal chill. Perfektor. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut. Ha! Das sind jetzt auch wieder Galaxy Vibes. Aber totale Galaxy Vibes. Hilfe. Oder 3D Land Vibes. Ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß auch nicht, wo ich stehen soll. Weil hier könnte überall was sein. Siehste? Siehst du? Ich kann doch überall außenrum ja eigentlich rumgehen, ne? Richtig wack. Ah, das sind jetzt wie die Fußbälle in 3D World. Pass auf. Höh! Nächste Münze. Sehr schön. Ich brauche Bombe. Oh oh. Achtung. Achtung, Vogel! Tue ich da gerade schon mal wer. Nee, da ist ja dran schuld, denn. Ach, ne? Nein. Und kapauts. Ja, das war doch ein perfekter Stoß, du. Ein perfekter Stoß. Ah, das sieht mir aus. Jetzt brauche... Oh oh. Jetzt bräuchte ich hier Hilfe. Und kabumm. Sehr schön, sehr schön. Äh, brauche ich dich? Ich brauche dich tatsächlich. Oh mein Gott. Kamek. Chill mal bitte. Ich habe Angst. Und ich glaube, die Angst ist auch berechtigt. Wie will ich hier rauskommen? Oh Gott. Ahaha. Wie? Wie denn das? Wie kann ich jetzt gestorben sein? Bin ich wohl hier eingedrückt? Was zur Hölle? Also, das sind die Odyssey-Tode, wenn ich das richtig verstehe. Warum kommt Bo's jetzt wieder? Warum kommt der jetzt? Wie soll ich denn das jetzt überleben? Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Ich habe hier halt nicht gesprochen wie so ein Elendiger. Ey, das gibt es doch nicht. Kann ich... Hallo. Ich warte jetzt noch ein bisschen ab. Weg mit euch, Katzen. Oh, das tut gut. No joke. Das war schön. Äh, ich warte ab. Ganz einfach aus dem Grund. Dann haben wir auch Bowser direkt weg, wenn ich die Insigne einsammle. Ich glaube, genau da hinten habe ich auch was gesehen. Aber das ist da, wo ich eben gestorben bin. Da muss man wahrscheinlich abwarten. Warum ist hier eigentlich ein Ball? Was hat das mit den Bällen eigentlich auf sich? Hier erscheinen echt neue Sachen, wenn Bowser kommt. Okay. Oh, dann wissen wir das jetzt auch. Was ist da hinten? Achso, es ist... Achso, ja. Der hohe Turm. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Ihr Incentier steht und wartet der kleine Wanker. Ab mit dir. So. Haben wir hier noch irgendwas? Wahrscheinlich... Ja gut, klar. Hier spawnen noch neue Sachen. Das ist natürlich klar, ne? Aber ich meine jetzt, äh... Andere relevante Sachen, die ich jetzt noch holen kann, ohne irgendwie krasse Scheiße zu machen. Äh, ich glaube tatsächlich schon. Denn ich habe gesehen, dass hier unten... Ja, hier ist noch Bowser Schmarrn, ne? Genau, hier. Da ist noch was. Für Bowser Junior. Oh. Kannst du trotzdem... Dankeschön. Vielen Dank. Ich glaube... Äh, an den Rollbänden könnten noch Münzen überall sein, ne? Weil das Gebiet sonst zu klein ist, dass sie überall Münzen sind, ne? Ich kann aber ganz kurz immer das umrunden. Um mal zu schauen. Da ist irgendein Schatten. Oder vielleicht muss man auch Gegner besiegen oder... Lol. Warum? Oh mein Gott. Bring dich nicht um. Hier ist ein Block. Ach, lol. Einfach... Warum? Komplett random. Da habe ich gar eine gesehen. Okay, komm. Das kann ich ja nur noch versuchen zu holen, ne? Versuchen wenigstens. Da ist ja wieder was. Die ist jetzt kaputt, ne? Zum Glück kann man die mehrfach rausholen, ne? Oh Gott. Was passiert eigentlich, wenn ich einen auf den hier mache? Oh. Ja, verpufft, ne? Okay, wir brauchen Hilfe vom Bowser. Oh. Oh. Okay, perfekt. Das war so klar, dass da ein Insignis ist. Oh mein Gott. Gut, ich habe die anderen Münzen nicht gefunden. Auch nicht die, die ich gerade eben gesehen habe aus irgendeinem Grund. Aber gut. Dann habe ich sie halt nicht. Die werden wir auch immer noch finden. Spätestens dann, wenn wir hier weitermachen. Auf jeden Fall mal bei dem Turm. Chill mal, Alter. Das ist aber wieder ein kleines Gebiet. Aber das gefällt mir auch. Das gefällt mir auch. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen. Wir beenden den Part an der Stelle, ne? Und mal schauen, was wir noch hier so nächstes Mal finden, ne? Also, bleibt münzig. Und tschüssi, Korski. Untertitelung.